Mit diesem Glitch könnt ihr jedes Fahrzeug kostenlos bekommen. Und Leute, mit dem Glitch sind sogar auch Sonderfahrzeuge und Flugzeuge möglich. Also bleibt dran. Aber bevor mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like, was Sie dir da zu lassen und für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich auf, was die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, fahr doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, für diesen Glitch braucht ihr erstmal einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und in diesem Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verlieren könnt. Also am besten einen kostenlosen Elegy. Davon abgesehen, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund. Und dieser Freund muss CEO werden können und braucht ein Spezialfahrzeuglagerhaus und mit einem Spezialfahrzeug da drin. By the way, es muss mindestens ein Zweisitzer sein. Und zu guter Letzt, klar, braucht auch euer Freund das Fahrzeug, was sie gerne haben möchtet. Habt das Ganze sehr gut, wenn wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In Malfall war ich den Glitch in einer Freundenssitzung aufgenommen. Ihr trauft euch jetzt mit eurem Freund bei seinem Spezialfahrzeuglagerhaus. So, seid ihr dort angekommen, dann registriert euch euer Freund jetzt als CEO. Ist euer Freund der CEO registriert, lädt euch ein und ihr tretet auch bei. Seid ihr beigetreten, steigt jetzt beide in das Spezialfahrzeug. In Malfall ist es jetzt hier ein Rocket Voltic. So, sind wir jetzt eingestiegen, öffnet jetzt euer Freund das Interaktionsmenü und fährt jetzt wieder zurück in sein Spezialfahrzeuglagerhaus. Dadurch, dass das Interaktionsmenü geöffnet ist, dürfte nichts passieren. Euer Freund steigt jetzt aus. Ihr rutscht jetzt auf den Fahrersitz und steigt jetzt auch aus. So, seid ihr jetzt beide ausgestiegen, dann verletzt jetzt euer Freund den CEO-Part. Und naja, Leute, ihr seid tatsächlich jetzt schon verglitcht für diesen Glitch. Um das Ganze zu kontrollieren, könnt ihr jetzt auch einen Extraschritt machen. Und by the way, Leute, dieser Schritt, der jetzt kommt, ist nicht notwendig. Könnt ihr aber machen, wenn ihr sicher gehen wollt. Denn, falls ihr es jetzt habt, könnt ihr einfach ins Aktionenmenü öffnen. Geht auf Inventar, geht auf ferngesteuerte Fahrzeuge und fordert ein RC Bandito oder RC Tank an. So, seid ihr jetzt in diesem ferngesteuerten Fahrzeug gespawned, dann haltet ihr Dreieck gedrückt, dass sie wieder rausgeht. Und beim Respawnen solltet ihr blinken. Und wenn ihr blinkt, bedeutet das, ihr seid im Modus und seid ready für den nächsten Teil des Glitches. Und ich betone hier noch einmal, Leute, ihr müsst das mit einem RC Bandito nicht machen. Gut, egal ob es ein RC Bandito-Part gemacht hat oder nicht, jetzt fordert ihr euer MOC an. So, wo das euer MOC geliefert, ganz wichtig, euer Freund bringt es jetzt zu euch. Denn ihr dürft euch generell von dem Ort jetzt hier, wo das Spezialfahrzeug-Lagerhaus ist, nicht wegbewegen. Das ist wirklich absolut wichtig. So hat es euer Freund den MOC zu euch gebracht. Und ganz wichtig, das MOC muss in der Nähe von euch stehen und der blaue Kreis muss sichtbar sein. Dann bestellt ihr jetzt aus dem MOC das Auto, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Also in meinem Fall einen kostenlosen Elegy. Und euer Freund holt auch jetzt diesen Elegy zu euch, falls er etwas weiter weggespawnt ist. Ist das Fahrzeug jetzt da, dann steigt ihr jetzt als Fahrer ein und euer Freund steigt als Beifahrer ein. Wenn jetzt euer Freund drinnen sitzt, dann öffnet ihr jetzt das Optionsmenü und geht auf die Karte. Wenn jetzt euer Freund das Optionsmenü offen hat, könnt ihr jetzt mit dem Fahrzeug zu eurem MOC fahren und die rechte Pfeiltaste drücken. Und ihr werdet merken, dass hier nichts passiert. Und das ist gewollt. Denn euer Freund steigt jetzt aus. Wenn jetzt euer Freund ausgestiegen ist, dann fahrt ihr ein paar Meter zurück und steigt auch aus. Euer Freund in der Zwischenzeit schließt das Optionsmenü und lehnt sich jetzt einfach ans MOC dran. Jetzt steigt ihr auch aus eurem Fahrzeug aus. Denn als nächstes machen wir die Story-Modus-Meldung. Das bedeutet, wir halten jetzt die Unterfalltaste gedrückt und werden jetzt irgendein Story-Modus-Charakter aus. In meinem Fall ist das nur einer verfügbar, ist aber auch egal. Dann wir fällen jetzt den verfügbaren Story-Modus-Charakter aus und erhalten eine Meldung in GTA. Nämlich diese Story-Modus-Meldung. Diese brechen wir jetzt mit Kreis ab. Es ist trotzdem unglaublich wichtig, Leute, dass ihr bei jedem Glitch-Durchgang genau das hier auch macht. Seht jetzt euren Charakter wieder, dann glaubt ihr jetzt um euren MOC. Seid ihr bei dem MOC ankommen, werdet jetzt oben links die Meldung erhalten, ob ihr aus alleine beitreten wollt oder mit Freunden und Crewmitgliedern. Ihr könnt jetzt hier auf alleine beitreten. Und ihr werdet jetzt einen unendlichen Ladescreen bekommen. Und mit diesem Ladescreen müsst ihr jetzt einen kleinen Moment drinnen bleiben. Denn jetzt kommt der Part von eurem Freund. Denn euer Freund bestellt jetzt das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. In meinem Fall ist jetzt hier der Brickade 6x6 gemoddet. Aber es kann auch irgendein anderes Fahrzeug sein, was ihr halt gerne haben möchtet. Und dieses Fahrzeug muss jetzt an einer ganz bestimmten Location hin. Nämlich zu dieser Location. Die ist mitten in der Stadt. Und ja, Leute, es ist immer die Location. Unglaublich wichtig. Ihr seht gleich, warum. Denn euer Freund fährt jetzt mit dem Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet, jetzt genau dahin. Ist jetzt euer Freund da angekommen, stellt es einfach dahin. Und sobald das Fahrzeug da steht, kann euer Freund zu euch sagen, Ey yo, bin ready. Jetzt seid ihr wieder dran. Denn jetzt haltet ihr wieder die untere Falltaste gedrückt und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Das Ganze werdet ihr am Backscreen nicht sehen. Das müsst ihr einfach so machen. Und wenn ihr es geschafft habt, werdet ihr wieder die Story-Modus-Meldung in GTA bekommen. Diese brecht ihr wieder mit Kreis ab. Und ihr werdet merken, dass ihr unsichtbar auf einmal mitten in der Stadt spart. Nämlich an dieser Location, wo jetzt natürlich auch euer Freund mit dem Fahrzeug wartet. Denn ihr lauft jetzt einfach ganz schnell zu eurem Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet, und steigt ein. Und zack, bumm, bam, Leute, das Fahrzeug gehört euch. Und ja, Leute, das war's schon mit dem Glitch. Dieses Fahrzeug, was ihr jetzt haben wolltet, habt ihr jetzt, ist abgespeichert und gehört euch. Und nein, Leute, natürlich verliert euer Freund das Fahrzeug nicht. Nur so als Info. Und Leute, das war's schon mit dem Glitch. Aber hier noch ein paar Infos zu dem Glitch generell. Der Glitch ist jetzt fertig. Das Fahrzeug gehört euch, alles super. Falls ihr jetzt aber nochmal glitchen möchtet, müsst ihr jeden einzelnen Schritt von vorne wiederholen, da es hier kein Back-to-Back-Glitch ist. Davon abgesehen, würde ich euch wirklich empfehlen, mit diesem Glitch zum Beispiel den Partybus euch zu holen von eurem Freund. Und by the way, nein, euer Freund muss nicht das Fahrzeug schon besitzen. Euer Freund kann es auch einfach per Pegasus bestellen und da hinstellen. Ist egal, denn mit dem Partybus habt ihr die Möglichkeit, den anderen Giftcastle-Friends zu machen, den ich persönlich viel besser finde, da ihr in diesem Giftcastle-Friends-Glitch einen Modus drin seid, wo ihr Back-to-Back glitchen könnt, wo ihr so gesehen nur einmal verglitchen müsst, aber durchgehend glitchen könnt. Nicht so wie hier bei diesem Modus hier. Ich wollte es nur gesagt haben, falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber gut, Leute, das war es jetzt generell mit diesem Glitch. Ich hoffe, euch hat der Glitch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus. Euer Wombat. Ciao.